Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich stelle euch heute meine Beauty-Produkte vor. Ich fange einfach mal ganz locker an mit diesem kleinen Kästchen hier. Da sind nur Sachen von Calvin Klein drin. Da ist euch jetzt schon mal ein Voraus. Das hier ist ein Augenbrauenstift, den ich eigentlich nie benutze. Weil wie ihr seht, ist der sehr hell. Und meine Augenbrauen sind nicht so hell und dann wird das einfach nicht passen. Dann habe ich noch einen Kajal. Einmal einen in schwarz, der ist richtig intensiv. Und einen in weiß. Jetzt musst du abgelöst für das schwarze. Dann habe ich hier einen ganz normalen Pinsel für... Der ist jetzt aber von Beauty, der ist von Rossmann, glaube ich. Und der ist einfach zum Lippenstift auftragen. Finde ich eigentlich super. Dann habe ich hier so einen Pinsel, die sind super von Eveline. Das ist gar nicht so viel von Calvin Klein drin, da sind nur drei Sachen drin. Der... Für den benutze ich immer so. Den benutze ich immer so für das ganze Gesicht. Die sind richtig gut, kosten auch nicht viel. Dann habe ich noch diese Wimperntosche. Die ist super geil, die ist von Calvin Klein. Die klumpt wirklich gar nicht. Ich habe so eine... Ich weiß nicht, ob man das gut sieht. Ich habe so eine Scheißhände, ich habe aber wirklich... Und die klumpt einfach so gut wie gar nicht. Färbt nur und verlängert die Wimpern wirklich. Also, das ist schon richtig gut. Dann habe ich hier ein Make-up von Calvin Klein wieder. Das ist jetzt alles... Hm, falschrum, tut mir leid. Ähm, das ist auch richtig gut. Wie man sieht, schon sehr oft benutzt worden. Ähm, ja, das benutze ich dann immer mit diesem Make-up-Buy. Mein Blick gerade... Nein, aber den habe ich... Dieses Make-up-Buy habe ich auch von Rossmann. Dann, die habe ich mal irgendwann geschenkt bekommen. Die ist von Bibi Zartpflege von Hello Kitty ist da drauf. Das ist so eine Limited Edition und die ist auch schon sehr abgenutzt. Ja gut, ähm, dann habe ich noch einmal diese Puder. Einmal das. Das ist von Art Deco. Keine Ahnung, tut mir leid. Ich weiß nicht, ob mir das aussieht. Dann darf es einfach von Calvin Klein. Nur das ist Puder. Das andere ist Lippenstift. Das kann man sehr gut mit dem hier auftragen. Mache ich eigentlich auch immer. Und dann habe ich natürlich noch... Ich muss ja noch holen. Meine ganzen Eos sind. Ich habe zusammen den Rosanen. Ich habe zwei mal geschenkt bekommen. Und aus dem Baden benutze ich immer diesen Belou-Badeschaum. Oder Duchschaum. Cremandering benutze ich in letzter Zeit. Dann benutze ich noch diese Schminkpalette. Natürlich. Das erste Ding ist mir schon abgebrochen. Ähm, das lege ich dann weg. Na gut. Das kann ich jetzt rausziehen. Dann habe ich hier meine Lipglasse. Hier habe ich Rouge und Puder. Hier habe ich einen Pinsel. Hier habe ich auch ganz viele Pinsel. Die habe ich alle nicht benutzt. Die habe ich auch noch Lidschatten. Und ja, ich finde die... Oh nein, jetzt reiße ich das auch noch so. Oh nee. Kann man die hier reinmachen? Ich probiere es gleich mal, ne? Ja, okay. Das war eigentlich von alles, was ich benutze. Die benutze ich immer von... Ähm, abends. Diese Night Cream von Ola's. Die Tagesrehe habe ich nicht stehen. Die ist aber auch schon very leer. Very leer. Ähm, und... Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bewertet es mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch richtig gefallen hat. Oder wenn es euch gut gefallen hat. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Zugucken. Bis dann! Bis zum nächsten Mal.